Hallo und herzlich willkommen. Willkommen hier auf meinem Kanal zu einem weiteren Video von mir. Heute geht es mal wieder um Helis, denn bei der Firma Pichler gibt es seit Anfang des Jahres einen neuen Anfänger-Heli von der Firma Flightzone. Und zwar nicht dieser Proton hier, den habe ich euch ja schon in einem anderen Video vorgestellt, das verlinke ich euch mal hier oben. Sondern ein viel coolerer Heli ist rausgekommen, nämlich eine BO 105 im ADAC-Design mit 4-Blatt-Rotorkopf sogar, auch RTF mit Fernsteuerung und allem Pipapo. Und ich wollte euch heute mal in diesem Video den kleinen Hubschrauber vorstellen. Ich zeige euch mal, was alles mitgeliefert wird, wie er technisch ausgestattet ist und natürlich gehen wir nachher noch fliegen. Und ich würde sagen, wir legen sofort los. Viel Spaß bei dem Video und bis gleich. Ja, was haben wir hier? Wie eben schon gesagt, handelt es sich hier um einen Anfänger-Heli, genauso wie der Proton da hinten. Nur, dass wir hier wirklich eine Scale-Optik haben, was sehr, sehr cool ist. Wir haben, wie eben schon erwähnt, einen 4-Blatt-Haupt-Rotorkopf. Wir haben 2,4 GHz natürlich. Wir haben eine automatische Höhenstabilisierung drin. Wir haben eine automatische Start- und Landefunktion integriert. RTF natürlich und ein 6-Achs-Gyro ist verbaut. Das ist alles ähnlich oder gleich wie beim Proton. Wir haben auch hier wieder eine Fernsteuerung mit dabei. Die Optik von dem Hubschrauber ist wirklich sehr Scale. Also für so ein Anfänger-Heli im niedrigpreisigen Segment wirklich sehr, sehr cool. Auch wirklich alles sehr schön gemachte da drauf. Das sehen wir gleich nochmal genauer. Was ich auch sehr cool finde, ist auf der Verpackung hinten haben wir noch eine Landefläche drauf. Da empfiehlt es sich, weil wir die Verpackung, das kann ich jetzt direkt mal zeigen, hier noch rausnehmen können. Empfiehlt es sich natürlich, das hier auszuschneiden und dann auf den Boden zu legen und nicht auf der Verpackung zu landen. Das ist dann für den Anfänger vielleicht auch ein bisschen risikoreich. Deswegen kann man sich hier die Umverpackung nehmen, das Landepad ausschneiden und dann hat man wirklich ein schönes Landepad zur Verfügung, wo man drauf starten und landen kann. Und ich würde sagen, wir packen jetzt erstmal die Sachen aus und ich zeige euch mal, was alles hier mit drin ist. So, dann machen wir den Karton mal auf. Ich zeige euch mal eben kurz, was alles mit dabei ist. Als allererstes ist natürlich ein bisschen Stoff zum Lesen. Gerade für den Anfänger empfiehlt es sich, die Anleitung mal durchzulesen. Dann sehen wir alles sicher verpackt hier. Leider alles in Kunststoff. Ist aber nun mal leider so. Machen die Umverpackung mal ab. Wir haben als allererstes hier so ein bisschen Trocknungszeug dabei, damit die Elektronik nicht feucht wird. Dann haben wir ein LiPo dabei. Ein 350 mAh LiPo-Akku von Flightzone. Im Hardcase. Wir haben hier eine kleine Ladebuchse, Micro-USB. Und wir haben direkt schon den Anschluss für in den Heli mit am Hardcase dran. Den brauchen wir nachher nur noch in den Hubschrauber reinstecken. Das zeige ich euch gleich mal. Dann haben wir natürlich die 2,4 GHz Fernsteuerung mit dabei. Hier sieht man schon die erste Besonderheit. Alle Sticks sind fehlerbelastet in allen Achsen. Warum das so ist, habt ihr ja in dem Proton-Video schon gesehen. Und für die, die es nicht wissen, zeige ich das gleich nochmal alles. Dann haben wir als nächstes ein bisschen Zubehör. Und zwar ein kleines Ladekabel. Hier ist kein Ladegerät dabei. Hier brauchen wir noch ein Netzteil dann. Aber das hat ja jeder zu Hause. Und zwar ein Kabel von USB auf Micro-USB ist das, glaube ich, zum Laden des Akkus. Dann haben wir noch ein Tütchen mit etwas Zubehör dabei. Werkzeug meine ich natürlich. Und zwar einen kleinen Inbusschlüssel. Einen kleinen Kreuzschraubendreher. Und noch einen Ersatz-Heckrotor oder Ersatz-Heckrotor-Blatt haben wir noch mit dabei. Und wir haben hier natürlich die BO 105, die wirklich sehr, sehr schön ist im ADAC-Design. Und die gucken uns das erstmal etwas genauer an. So, hier haben wir das gute Stück, die BO 105 im ADAC-Design. Ein wirklich richtig cooler Heli. Also mit vielen Details. Für so ein Anfänger-Heli wirklich mega, mega gut. Gefällt mir wirklich sehr gut. Wir können hier mal die Hauptrotorblätter ausklappen. Damit wir mal die volle Pracht des Helis erkennen können. Wir haben nämlich hier einen Hauptrotorkreis von 256 mm. Und eine Gesamtlänge von 235 mm. Und eine Gesamthöhe von 80 mm ungefähr. Das Gewicht, das kann ich euch gleich nochmal durchsagen, den habe ich noch nicht gewogen. Hier fehlt ja auch noch der Akku drin. Aber wie gesagt, haben wir hier wirklich einen super schönen Hubschrauber. Mit vielen Details. Wie ihr sehen könnt, hier hinten die Auspuffrohre sind hier alle dargestellt. Vier Stück an der Zahl in Gold. Wir haben hier die Antennen am Heckausleger sehr schön detailliert dargestellt. Wir haben die Beschriftungen ADAC. Wir haben die Kennung drauf. Wir haben die Deutschlandflagge drauf. Hinten an den Heckfinnen. Da haben wir sogar an den Verbindungen zum Heckausleger diese Blechstöße drauf mit den Nieten. Wir haben hier in dem Knick noch diesen Blechstoß drauf mit Nieten. Auch die Heckrohrabstützung hier hinten ist sehr schön gemacht. Wir haben hier noch eine kleine rote LED. Da müssen wir nachher mal sehen, ob das nur eine Status-LED ist oder ob die auch dauerhaft leuchtet. Wir haben hier den separaten Heckrotor mit einem separaten Motor. Der Hauptmotor ist hier in dem Rumpf verbaut. Den kann man jetzt so nicht sehen. Dazu müsste man den ganzen Rumpf auseinanderbauen. Der ist aber mit ganz vielen kleinen Schrauben hier zusammengehalten. Das wollte ich jetzt erstmal nicht auseinanderschrauben. Wir haben hier hinten die Heckklappe. Die kann man natürlich nicht aufmachen, aber trotzdem die Jarniere sind alle dargestellt. Die Klappe ist soweit es geht dargestellt. Wir haben hier überall diese Lüftergitter. Das sind keine Aufkleber, sondern wirklich richtige Anformungen im Rumpf. Also wirklich richtig, richtig cool. Auch diese Türen hier. Die Schiebetürschienen sind dargestellt. Wir haben hier noch diese ganzen kleinen Blechstöße drin. Von unten wird es ein bisschen minimalistischer, aber das Landegestell ist auch relativ detailliert dargestellt. Hier vorne haben wir das Akkufach, wo hier schon der Stecker vorgesehen ist, wo wir nachher nur den Akku reinschieben müssen. Das zeige ich euch gleich mal. Ja, also wirklich richtig, richtig, richtig cool. Auch die Farbe, das Gelb, das kommt dem ADAC-Gelb schon sehr, sehr nah. Ich gehe mal nicht davon aus, dass das Originalgelb ist, aber es sieht trotzdem top aus. Jetzt zeige ich euch nochmal eben kurz die Fernsteuerung, bevor ich euch noch ein paar Detailaufnahmen von dem Handy gleich zeige. Wir haben hier eine standardmäßige 2,4 GHz Fernsteuerung. In der Preiskategorie natürlich aus Kunststoff komplett. Wobei man sagen muss, die Aussätze der Steuersticks sind tatsächlich aus Aluminium, erstaunlicherweise. Die kann man zwar hier nicht abschrauben, aber trotzdem sind sie aus Aluminium. Das finde ich sehr cool. Die haben auch hier oben diese Zacken drauf, dass man als Daumenflieger nicht auf den Sticks abrutschen kann. Ansonsten habe ich ja eben schon erwähnt, haben die auf beiden Achsen oder auf allen vier Achsen haben wir hier eine Federrückstellung. Das hat den gleichen Grund wie beim Proton, weil wir hier eine Autostart-und-Dande-Funktion haben, die hier oben rechts per Knopfdruck funktioniert. Da müssen die Sticks natürlich dann alle in der Mittelstellung sein, ähnlich wie bei einer Drohne. Ein weiterer Vorteil ist, dass wir den Sender ohne Probleme auch mit dem rechten oberen Knopf von Mod 1 auf Mod 2 umstellen können. Hier oben links haben wir noch einen kleinen Auswahlschalter in drei Stufen. Hier können wir die Steuerempfindlichkeit des Helis einstellen. Ansonsten haben wir ganz normal hier einen Ausschalter. Wir haben für alle Achsen Trimmknöpfe. Wir haben hier oben die Antenne. Wir haben einen kleinen Griff, wo wir die Fernsteuerung mit festhalten können. Hier unten ein kleines schönes Bild von der BO. Auf der Rückseite ganz normal ein Akkufach. Hier passen vier AA-Batterien rein. Damit kann der Sender dann betrieben werden. Ansonsten gibt es ja nicht viel zu sagen zu dem Sender. Und ich würde sagen, ich zeige euch jetzt nochmal ein paar Detailaufnahmen von dem Heli und dann gehen wir in der Runde fliegen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Bevor wir jetzt fliegen gehen, wollte ich euch nochmal eben zeigen, wie man den Akku in den Heli setzt, welche Funktionen die Fernsteuerung noch hat und wie man die Fernsteuerung mit dem Heli bindet. Hier könnt ihr auch nochmal sehen, wie Klein-Nibu in Wirklichkeit ist im Vergleich zu mir. Also wirklich ein richtig kleiner, süßer Heli. Als allererstes, habt ihr ja eben schon gesehen, hat der LiPo hier so einen kleinen Ein-Aus-Taster. Wenn wir den einmal kurz drücken, dann zeigt die Status-LED oder die vier Status-LEDs an, wie voll der Akku noch ist. Wenn alle vier leuchten, ist alles gut, dann ist der Akku voll. Leuchtet nur noch einer, dann sollten wir schleunigst den Akku wieder aufladen. Wenn wir jetzt fliegen gehen wollen, müssen wir den einfach nur umdrehen, den Heli. Den Akku richtig rum mit dem Anschluss hier oben nach hinten einsetzen. Unterdrücken, bis er einrastet. Der ist nämlich hier festgeklipst, der kann auch so nicht mehr rausfallen. Der Heli ist jetzt noch nicht aktiv, weil wir den Akku oder den Heli dann erst noch über die An-Taste anschalten müssen. Wir schalten aber jetzt erstmal die Fernsteuerung ein. Drücken dann hier auf den On-Taster von dem Akku längere Zeit. Dann leuchten alle vier LEDs einmal auf. Hinten die LED fängt schnell an zu blinken und die LED an der Fernsteuerung blinkt. Das heißt, der Heli ist im Bind-Modus. Jetzt müssen wir, oder anders gesagt, die Fernsteuerung ist standardmäßig Mod 2. Das heißt, wenn ich die Fernsteuerung ganz normal anstelle, ohne irgendwas zu machen, dann stellt die sich immer auf Mod 2 um oder ein. Das heißt, der linke Stick ist jetzt unser Pitch-Hebel. Wenn wir den jetzt einmal schnell nach vorne und nach hinten machen, piept die einmal etwas länger. Und die LEDs an der Fernsteuerung und am Heli leuchten dauerhaft. Das heißt, der Heli ist jetzt mit der Fernsteuerung verbunden. Das sehen wir auch, wenn wir hier den rechten Stick von der Taunelscheibe bewegen. Bewegen sich auch die Servos für die Taunelscheibe. Wenn wir jetzt den Sender auf Mod 1 umstellen wollen, das kann ich mal eben zeigen. Dann mache ich den Sender mal eben wieder kurz aus. Müssen wir hier oben rechts die Taste gedrückt halten und dann den Sender einschalten. Dann stellt sich nämlich der Sender erst auf Mod 1 um. Das heißt, wir haben jetzt den Pitch-Hebel auf der rechten Seite. Das heißt, wir müssen jetzt zum Aktivieren oder zum Binden des Helis mit der Fernsteuerung den rechten Stick einmal schnell hoch und runter machen. Wir sehen, hier ist jetzt die Taunelscheibe auf beiden Sticks. Hier passiert jetzt nichts. Das heißt, wir haben auf Mod 1 umgestellt. Wenn wir die Fernsteuerung wieder ausstellen und stellen die wieder ohne Knopfdruck ein, stellt die sich automatisch immer auf Mod 2. Das muss man auf jeden Fall wissen, wenn man Mod 1 Flieger ist, dass man jedes Mal, wenn man fliegen möchte auf Mod 1, immer beim Einschalten oben die Taste drücken muss. Die bleibt nicht gespeichert, sondern muss jedes Mal wieder eingestellt werden bzw. gedrückt werden, wenn wir den Sender anstellen, um auf Mod 1 fliegen zu können. Das ist wichtig jedenfalls für die Mod 1 Flieger. Jetzt habe ich die Fernsteuerung, kann man nochmal machen, einfach so eingestellt. Jetzt ist wieder Mod 2. Jetzt haben wir Pitch wieder auf dem linken Stick. Das heißt, wieder einmal kurz hoch, runter und der Heli ist gebunden. Zum Starten des Helis müssen wir einfach nur die beiden Hebel nach außen unten drücken. Dann fängt der Rote an zu drehen. Das mache ich mal ganz kurz. Wir haben hier auch einen schönen Sanftanlauf. Das finde ich sehr cool. Der bleibt jetzt auch in der Drehzahl, bis wir den Pitchhebel entweder nach oben drücken und dann hebt er ab. Oder die automatische Start-Lande-Funktion drücken. Das zeige ich euch aber eigentlich erst gleich beim Fliegen. Das mache ich jetzt nicht hier am Tisch. Wenn wir wieder aufhören wollen, machen wir den Stick einfach wieder nach unten. Beim Landen genauso. Und dann geht nach ein paar Sekunden der Heli oder der Rote hört dann auf zu drehen. Und dann können wir den Hubschrauber wieder rumdrehen. Wir drücken wieder länger hier auf die Akkutaste, bis die LEDs der Reihe nach ausgehen. Dann ist der Heli wieder aus. Dann können wir die Fernsteuerung ausschalten. Und wir können nach Hause gehen und uns freuen, dass wir einen schönen Flug gemacht haben. Wir haben hier oben, ich schalte den Sender nochmal ein, noch oben links die Wahltasten für die Steuerempfindlichkeit. Die können wir hier verstellen. Also muss ich den Heli erstmal wieder einschalten, damit wir dann auch hören, was passiert. Einmal kurz binden. Hier oben links ist der Wahltaster. Wenn wir den jetzt einmal verstellen, dann hören wir zwei Piepse bei Stufe 2 und drei Piepse bei Stufe 3. Und ein Piepse bei Stufe 1. So können wir immer akustisch auch hören, in welcher Empfindlichkeitsstufe wir sind. Das ist im Prinzip das gleiche, sag ich mal, so ähnlich wie Expo. Eins ist natürlich die Empfindlichkeit nicht so hoch und bei 3 ist die Empfindlichkeit höher. Wie sich das nachher auswirkt beim Fliegen, das werden wir gleich beim Fliegen noch erkennen oder sehen. Ja, ich würde sagen, das war es erstmal von den Funktionen. Hier können wir auch ganz normal im Flug dann die Funktionen alle trimmen, in alle Achsen. Das habe ich ja eben schon erzählt. Und hier oben rechts, wenn wir einmal drauf drücken, dann startet der Heli von alleine. Geht auf ungefähr einen Meter. Und wenn wir landen wollen und wir wollen automatisch landen, können wir hier auch wieder drauf drücken. Dann geht der Heli natürlich automatisch dann auch runter, bis er steht und schaltet auch den Motor automatisch ab. Da sollte man natürlich darauf achten, dass wir auf einer geraden Fläche landen und nicht auf irgendwelchen Steinen. Weil das erkennt der Heli natürlich nicht und würde dann umkippen. Also immer auf einer geraden Fläche landen oder auf einer geraden Fläche schweben und dann den Knopf erst drücken. Ja, jetzt können wir alles wieder ausstellen. Ich würde sagen, wir oder ich lade den Akku jetzt mal auf. Ich hoffe, das Wetter wird jetzt besser, denn ich hatte eigentlich vor, mit dem Heli draußen zu fliegen und euch draußen den Flug zu zeigen. Wenn das Wetter bis zur Veröffentlichung des Videos nicht besser werden sollte, dann werde ich nochmal ein kleines Video im Wohnzimmer drehen. Und ich würde sagen, wir sehen uns nach dem Flug nochmal wieder. Ich würde sagen, wir sehen uns nach dem Flughafen. Ich würde sagen, wir sehen uns nach dem Flughafen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020